Mein Name ist Philipp Jarosch. Ich bin Motivationstrainer und ich mache Frauen glücklich. Ich habe hier mal ein Opfer. Heute ist sie wieder eine strahlende Schönheit. Dank meines Trainings. Nicht, Frau Schöttler? Ja. Sie fühlen sich rundum pudelwohl, dank meiner tollen Arbeit, nicht? Ja. Und das werden wir jetzt mal demonstrieren, live in einer Fernsehsendung bei TM3. Neben und Wohnen mit Andrea Sukhol. Vielleicht hypnotisiere ich sie auch. Claudia Schiffer, Naomi Campbell und Cindy Crawford gehören zu den Idolen der 90er. Aber nicht jede Frau kann diese Schönheitsideale erfüllen. Und das führt oft zu Frustration. Motivationstrainer Philipp Jarosch hilft uns, uns so zu akzeptieren, wie wir sind. Das wird er heute tun. Herr Jarosch, woran liegt es denn heutzutage eigentlich, dass immer mehr Menschen sich in ihrer Haut nicht wohlfühlen? Das liegt auf der Hand. Wenn Sie sich in den Medien umschauen, sehen Sie dieses Ideal, was verkörpert wird durch eben Personen, wie Claudia Schiffer, durch Naomi Campbell. Und das bringt natürlich einen normalen Menschen unter Druck. Und da muss man gegenhalten mit bestimmten Therapien. Und das versuche ich, beziehungsweise wir mit meiner Gruppe. Zum Thema, wie finde ich mein Aussehen, hat sich mein Kollege Dirk Henning mal unters Volk gemischt. Finden Sie sich schön? Nein. Warum nicht? Ja, also was an mir persönlich mich ziemlich stört, das sind meine Hüften ein bisschen in der Breite. Die delikate Frage, waren Sie schon mal unter dem Messer? Ja, hab mir mal die Augen machen lassen. Darf ich das mal kurz sehen? Wie sieht es mit dem Gewicht aus? Da sprechen Sie einen wunden Punkt an. Ich habe mal ein bisschen mehr gewogen, als ich jetzt wiege. Aber da gibt es Möglichkeiten und Wege. Ich habe einen Absauger gemacht. Das heißt, da wird das ganze Fett einmal abgesaugt. Sieh, wenn der Schlauch da in die Bauchhöhle hereinkommt und das Fett wie so ein klippriger Eiter herausläuft, ist eine ganz eklige Sache. Aber bitte schauen Sie, der Effekt dafür macht man. Was haben Sie mit dem Fett gemacht? Das wird irgendwo unterspritzt bei anderen Leuten. Jetzt fällt mir natürlich auf, die Dame hat eine Warze im Gesicht. Das ist eine Veruca vulgaris, eine sogenannte Vulcus-Warze, die wird vererbt. Schauen Sie, meine Schwester hat eine doppelt so große. Ich habe Glück gehabt, am Potex habe ich so eine große, aber das lasse ich nicht wegmachen. Fragen wir mal, ob Sie zufrieden mit Ihrem Aussehen sind. Nein, ich bin zu rundlich und zu knuddelig. Ich wünschte gerne, ich könnte richtig sehen und müsste keine Kontaktlinzen tragen. Ja, okay, vielen Dank. Tschüss. Ciao. Ja, Herr Jarosch, war ja eigentlich, möchte ich mal fast sagen, deprimierend. Da fand sich ja eigentlich gar keiner schön. Da hat ja jeder irgendwas. Wie sehen Sie das jetzt als Experte? Sie haben die letzte Dame gesehen. Die Dame hatte eine Figur wie ein Fotomodell und sie hat etwas an sich zu bemängeln. Und das ist ein klassischer Fall dafür, dass diese Dame therapiebedürftig wäre. Und dann die Dame mit der Warze, das fand ich die Krönung. Ja, aber ist es denn nicht so? Und die Dame ist gott hässlich. Die Dame mit der Augenoperation, die ich sofort in Therapie nehmen würde. Die Dame mit der Warze, die entsetzlich aussah. Und diese dicke Frau mit dem Hut sind in dem Fall einfach verblendet. Verblendet, das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Weil Sie jetzt aber gerade das Kaschieren ansprechen. Wie stehen Sie denn zu sich selbst? Ja, also ich finde natürlich auch die eine oder andere Sache an mir, weil Sie das Kaschieren ansprechen. Das ist aber falsch, Frau Sokol. Sie sind zum Beispiel, nein, Sie sind doch eine Frau, die das nur wirklich nicht nötig hat. Sie sind rundum schön. Warum sagen Sie, ich habe Fehler? Da wäre auch ein Punkt, wo man ansetzt in der Motivation. Wie es denn dann so aussieht, wenn man zu Ihnen in Therapie kommt und wie diese Behandlung ist und wie Sie den Leuten das verlorene Selbstbewusstsein wiedergeben, das zeigen Sie uns gleich. Frau Schöttler, Sie haben sich an Herrn Jarosch gewandt. Warum denn eigentlich? Ist es, ich war sehr, sehr lange Zeit sehr fettleibig. Ja, wie viel war das denn? Kann ich jetzt mal fragen, wie viel haben Sie verloren an Gewicht? 30 Kilo. 30 Kilo. Also man muss dazu sagen, dass Frau Schöttler wirklich fett war. Das kann man ruhig sagen. Ich plaudere hier nicht aus der Schule. Das Erbrechen, was dazu kommt, aber das hat Sie jetzt alles überstanden. Bevor wir zur Hypnose kommen, wird ja auch noch mit ganz normalen Therapiemaßnahmen von Ihnen probiert, die Leute wieder zu Ihrem Selbstbewusstsein zurückzuführen. Wie funktioniert das? Sagen Sie uns das mal. Das Einmal eines des Guten Morgens ist eine Sache, die einfach immer sicher ist. Grinsen. Sie stellen sich vor Ihren Spiegel und grinsen. Werden da Hormone freigesetzt? Da werden Hormone freigesetzt. Das heißt, Sie signalisieren dem Hirn, um es mal zu vereinfachen, es geht mir gut, weil die Muskeln in dieser Position ganz einfach dem Hirn signalisieren. Das geht mir übrigens immer so. Wenn ich mich ungeschminkt morgens im Spiegel sehe, muss ich auch als erstes lachen. Wie fühlen Sie sich dann? Gut danach, dann bin ich ja fast schon geschminkt. Ja. Vielleicht machen Sie es auch mal. Ich mache es auch mal. Na klar. Haben Sie schon mal hypnotisiert vor laufender Kamera? Nein. Okay. Wir probieren das. Das Licht ist gedimmt? Ja. Frau Schüttler, jetzt geht's los. Sie schauen einfach mal drauf. Der Körper ist entspannt, die Schultern sind entspannt und wir schließen die Augen. Erstmal machen wir ein paar positive, schöne Suggestionen. Heute stehen mir Tür und Tor weit offen. Heute stehen mir Tür und Tor weit offen. Ich bin geil. Ich bin geil. Was ist heute das Tagesproblem, Frau Schüttler? Ich möchte einfach mal, ich möchte tanzen. Ich möchte so gern auf der Wiesner Königin sein. Ich möchte mich mal so richtig frei fühlen und bewundern lassen. Sind Sie jetzt jetzt in dieser Tiefe draußen? Dass ich Sie bewundere dafür, dass Sie sich hypnotisieren. Ist das normal? Ganz ruhig, jetzt nicht aufregen. Frau Schüttler, wir kommen von selbst wieder hoch. Frau Schüttler, schneller mal ein bisschen hoch. Zügiger hoch. Frau Schüttler, setzen Sie sich jetzt wieder auf den Stuhl. Frau Schüttler, setzen Sie sich auf den Stuhl. Und jetzt lassen Sie mal Ihren Bedürfnissen einfach freien Lauf. Ich möchte mal, ich möchte mich mal bewegen. Da vielleicht ein bisschen, ein bisschen mit den Blumen oder so. Herr Jarosch, wann können wir Sie denn jetzt zurückholen? Das ist richtig schön. Ich meine, ich möchte tanzen mit den Blumen. Ich möchte... Frau Schüttler, das ist kein Problem. Können Sie mich auch hören? Hallo? Frau Schüttler... Es wäre ganz lieb, wenn Sie zurückkommen würden. Kommen Sie wieder rein. Denn Herr Jarosch, ich möchte Sie ganz gerne in die wahre Welt zurückholen. Frau Schüttler, was haben Sie da gemacht? Was haben Sie da gemacht? Frau Schüttler, was haben Sie da gemacht? Ich habe doch bloß getanzt. Das halte ich jetzt... Frau Schüttler, was haben Sie da gemacht an den Blumen? Das war die Requisite, Frau Schüttler. Das geht nicht. Frau Schüttler... Das war doch nicht aus Versehen. Hören Sie mich auf, Frau Schüttler? Sie hört nur mich. Was wollen Sie sich fragen? Ich wollte ihr sagen, es ist nicht schlimm, aber ich hätte Sie jetzt gerne... Die Moderatorin sagt, es ist nicht schlimm. Ja. Aber es ist trotzdem schlimm. Frau Schüttler, Frau Schüttler, werden Sie wach. Frau Schüttler, eins, zwei, drei. Frau Schüttler, Frau Schüttler. Was ist denn? Frau Schüttler. Nee, so kriege ich Sie nicht wach. Frau Sokol, so kriege ich Sie nicht wach. Frau Schüttler. Sind Sie wieder wach, Frau Schüttler? Sie haben gesagt, Sie möchten ganz gerne bewundert werden. Ich habe Sie bewundert für Ihren Mut, dass Sie sich bei uns hier hypnotisieren haben lassen. Herr Jarosch, ich muss sagen, Ihre Methoden sind sehr eigen. Sie gehen meiner Meinung nach auch sehr streng mit Ihren Patienten um. Aber wenn es funktioniert, dann ist der Erfolg auf Ihrer Seite. Ich hatte vorher gesagt, bleiben Sie hier, Frau Schüttler, bleiben Sie hier. Ich hatte Ihnen vorher gesagt, dass das nicht auf meine Kappe geht. Ja, das ist auch okay. Ich möchte, dass Sie das rausschneiden. Das möchte ich nicht drin haben. Das ist Ihre Verantwortung. Da habe ich nichts mit zu tun. Herr Jarosch, das werden wir machen. Nein, da habe ich nichts mit zu tun. Nein, das ist auch nicht. Wir werden das Gespräch einfach beenden. Vielleicht setzen wir uns nochmal auf die... Nein, ich möchte das Gespräch auch nicht mehr beenden. Sie haben mich jetzt sowas gezwungen, was ich gar nicht wollte. Herr Jarosch, kommen Sie doch einfach nochmal zurück, Frau Schüttler. Wie geht es Ihnen eigentlich? Ich finde, Sie sollten vielleicht nochmal über Ihren Therapeuten nachdenken.